Wenn jemandem etwas am Herzen liegt, dann kommen sie meistens zu mir. Meine Freunde schätzen an mir, dass ich eine gute Zuhörerin bin. Und ich, ich freue mich voll, dass ich für sie da sein kann. Wahrscheinlich sagen sie ja deswegen, dass ich eine super Gastgeberin bin. Auch als Zugbegleiterin bin ich die Gastgeberin an Bord. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sich meine Fahrgäste wohl und sicher fühlen. Außerdem bin ich für den optimalen Ablauf des Betriebs verantwortlich. Immer in Bewegung. ÖBB